So, hallo und willkommen zurück zur Sonntagsfolge. Jetzt geht es da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Ich soll mal eben den Radio Contact suchen. Den machen wir. Research Modul T2, akzeptiere. Alles klärchen. Zur Oberfläche. Nein, ist eigentlich egal. So, ha. Direkt im Anschluss natürlich. Module nicht geöffnet. Ja, jetzt mach du mal. Ja, Research T2 mache ich auch gleich. Aber erstmal brauche ich das Produkt-Dings da. Schmelzen-Ding da. Äh, weil, ne? Hier so. Kann ich hier eigentlich was Neues erforschen? Äh, nö. Sehr schön. Das hängen wir erstmal wieder hier ein irgendwo. Fertigungstier 2. Energie. Oh mein Gott. Muss helfen. Ist zu viel los, oder? Ne, hat geklappt. Die wollten echt den Platz frei kämpfen, ne? Ah, Kristalle. Ich danke dir, mein Freund. Very nice. Oh, überall kristig. Guck dich das mal einer an. Ist das nicht geil? Kristalle und das Lava. Mh, herrlich. So. Ich ziehe jetzt hier mein Programm durch. Nix da. Bullet Research Tier 2. Japp, habe ich vor, mein Freund. Äh, Module. Research Tier 2. Aber weißt du, was ich jetzt erstmal mache? Ich mache jetzt erstmal meine Upgrades. Und zwar den da. Kristalle und Eisenplatten. Okay. Also das heißt, ich mache jetzt Kristalle. Die war ich in der Raffinerie, ne? Raffinerie 2. Die habe ich doch, Raffinerie Stufe 2. Die habe ich doch eben aufgestellt. Aber nicht ausgefahren. Okay. Nicht genügend Kernplätze verfügbar. Da ist dann mein Problem. Oh oh. Schalten wir mal das Deutsch-Modul ab. 70. Menü. Wir brauchen immer noch Kompot. Nein, da. So. Hmhm. Kein Rohkristall? Das kannst du Papst erzählen. Extra besorgt. Energy Low. Ja. Sag mal. Eisen. Ich nehme Eisen. Ja, ich weiß, die Energie reicht nicht. Was soll ich denn machen? Kritisches Energieniveau. Elf Kids. Ja, ich bin unterwegs. Mist. Ja, die Energie-Module laufen alle. Ich kann es nicht ändern. Oh mein Gott. Ja. Ich weiß. Ich brauche einen Engine-Upgrade. Kern-Upgrade. Eisenplatten. Ja. Da muss ich hier Eisenplatten machen. Einmal Eisenplatten sind doch da. Eisenbarren. Na, da muss ich noch Platten draus machen. Komponente. Ja, jetzt wird es echt eng. Aber eigentlich könnte ich doch das Forschungsmodul einfahren, oder? Du bist ja auch nur eine einfache Einheit. Taschen voll. Jupp. Boah, baller die weg, ey. Muss echt reparieren. Repair, repair, repair. Ah, ja. Please a moment. Hold it, doish. My friends. So, Module. Irgendwann wollte ich jetzt bauen. Hier, kleine Upgrades. Kernstufe 2. Ja, aber ich habe kein weiteres... Doch, habe ich. Glaube ich. Da ist eins. Und zwar... Energy. Besser? Menü. Was ich mir denn dazu legen? Dadda. Nö. Ja gut, ich müsste die Sachen dann einfach mal hier reinstopfen. Dann schrottet der mir das Zeug ja auch. Wenn er es denn findet. Erstmal aufschalten. Okay. Und dann soll ich das Research Modul 2 machen. Forschungsmodul. Einmal Eisenrohre kann ich danach anschmeißen. Okay. Ich sehe das schon kommen. Ich muss hier jetzt wirklich mal ein bisschen... Oh, grüne Kugeln. Die sehe ich auch das allererste Mal. Oh, mein Gott. Hier ist was los. Reparatur, Reparatur. Du bist gesund. Du bist gesund. Du bist auch gesund. Der auch. Sehr schön. Na, jetzt gesund. 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 Meine Knarren halten richtig was aus. Blub, 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 blub. Bäh. Na komm, gib mir den Kern. Kern. Und Rinder mit. Bäm. So, und jetzt soll ich das Research Modul machen, ja? Alles klar. Eisenrohre. Komponenten. Eisenrohre. Brauchen dafür erstmal Eisenwaren, die hier nicht geschmolzen werden. Na komm. Schiffchen schafft das. 90 von 150, alles klar. Modul, äh, Research. Und, bäm. Ich hab jetzt aber einen weiteren Kern drin. Das heißt, ich kann jetzt endlich meinen, wenn ich's denn wiederfinde. Oh, Leute. Was ist denn das jetzt? Ich hab doch extra... Chip Core gebaut. Also, hier, einen weiteren Waggon. Den wieder verbummelt. Wäre ja nix Neues. Da ist er doch. Hat er es noch offline. Macht denn hier so ein paar Lava immer? Kann ich eh erst Untergrund bauen. Lala, der war blau. Ah, Blue Boy. Zack. Er ist auch gleich fertig. Lass mich in Ruhe. Ganz ehrlich. Zack. Research Modul. Go Underground. Go Underground. Da war da erst ein, äh, ein Absturz bei Hatten. Ja. Ja, ich muss einen Augenblick warten. Da kann ich mit leben. Da. Drittschipsegment kann nur unterirdisch installiert werden. Drittschipsegment kann nicht installiert werden. Eine bessere Dampfturbine ist erforderlich. Mist. Upgrades. Ich brauche noch eine bessere Turbine. Dampfturbine. Stufe 2. Zwei Kristalle, Eisenplatten. Ja, ja, komm. Die Dampfturbine habe ich total verkackt. Ups, online. Kristalle, mach fertig. Dampfturbine. Eisenplatten, Kristalle. Oh, das dauert aber. Sit there with the bear. Aber ich mache hier die Eisenplatten. Eins, zwei. Und bessere Dampfturbine, bitte. Wie voll verpeilt, ey. Oh, kaum noch Zeit. Kaum noch Zeit. Cooles Lachs. So, ups. Ich auch erstmal hier rein. Die beiden euch gleich. Deswegen klatsche ich die erstmal hier rein. Grabstation. Äh, hier. Mach, was du davon hast. Der hatte nichts Besonderes. Wow, der haut rein. Die können aber ganz schön. Guck mal, hier blaue. Steel Boys. Was bist du denn? Eisenrahmen. Ich sehe da noch einiges auf uns zukommen. Wir haben noch drei Minuten 40. Äh, Müll. Wusste ich's doch. Quatsch. Fast gedacht. Davon habe ich auch genug. Nehme ich lieber das hier mit. Okay. Den hatte ich schon ausgeleert. Boah, krass. Voll Action hier. Immer actionreicher. Schawups. Ja, ich sehe schon. Ich habe ein kleines Problem mit der Energie. Das Ding ist aber so gut wie fertig, die Turbine. Kann ich also aussitzen. Müsste ich schaffen. Krass war Eisenrahmen. Kann ich hier nicht noch ein bisschen jetzt herstellen? Uäh. 97, 98, 99, fertig. Dampfturbine. So. Full upgraded. I love it. Und dann soll ich das, ähm, hab ich ja. Go underground. Zack, zack. Und jetzt kommen wir zum Upgraden. Oh yeah. Oh yeah. Machen wir erstmal dickes Moped. Ah, die Slacks kommen hier rein. Die zwei Krall ich mir noch. Gleich eh, Vulkanausbruch. So, machen wir das gleiche wieder wie vorhin, ne? Aber jetzt überschreiben wir den da einfach. So, hier. Dann war den mega Innenkern. Und da können wir jetzt anfangen, die großen Doppelmodule reinzusetzen. Doppelmodule reinzusetzen. Forschung. Schmelzen. Bearbeiten. herrlich. Wundervoll, wundervoll. Ah, vielleicht sollten wir uns noch um das Energiemodul kümmern. Lass mal schauen. Module. Energie. Das, ja, das da. Kohle, Erz. Eisenrohre. Ja, dann machen wir zwei, drei. Von den dicken Dingern. Und dann ist das gut. Während da oben hier noch Holland die Waldfee ist, machen wir hier einfach mal kleine Aufräumaktionen, die ein bisschen größer ausfallen würde. Hopp. Kann ich ja dann hinterher alles hier in den Online-Stock klopfen? Bam, da ist er ausgebrochen. Zack. Plupp. So. Stopp mal da rein. Geh an die Oberfläche. Da deckeln wir uns nämlich jetzt gleich erstmal ein. Noch ein bisschen viel. Das sollte noch machbar sein. Er ist schon gefüllt. Das ist voll. Da muss ich das mit der Hand umsortieren. Ist mir auch egal. Weil wenn die Module alle offen sind, sollte ich den eigentlich ausbauen können. Plupp. dann nochmal alles schnell hier ins Modul gestopft. da. Da. Dann würde ich gerne noch eine Stufe 2 Energie herstellen. Plupp. Stufe 2 Energiemodul. Das ist... Wo ist denn das da? Keine aktiven Module verfügbar. Produktionsmodul Stufe 2. Bin die wieder nicht deployed, nur weil ich sie unter der Erde eingebaut habe. Mach mir bitte das Energiemodul Stufe 2 und am besten dahinterher noch ein Eisenrohr. Sagen meine Kurs 120. Ja, ich weiß. Ich habe viel Klimbim noch da. Geschütze. Geschütze. Energiemodule die ich dann alle weichen lassen will. So. Jetzt haben wir wieder eine richtig dicke Moore. 1, 2, 3. Warte mal. Eins kann bleiben. Eins kann bleiben. Eins kann bleiben. So. Ja, ja. Ich weiß schon Bescheid. So. Ah, das gleich ist durch. Voll in Action alles. Was? Wer ist nicht geöffnet? Ist alles geöffnet. Low Energy. Weil wegen. Ach, come on. wirklich alles ein wenig konfus im Moment. Es ist fertig. Jetzt nur die Frage, ob ich noch genug Kohle habe, ne? So, schnell hier rüber. So, reiß das mal weg. Das mal weg. Setz das da hin. Das und das. Ich habe keine Ahnung, wie viel Kohle ich noch habe. 75 ist also noch ziemlich gut. So, Menü. Dann brauche ich noch für ein weiteres Energiemodul ein Eisenrohr. Komponent ein Eisenrohr und dann Modul Energie. Eisenrohr habe ich doch gerade gemacht. Ach, Kupfer. Nicht Eisen. Modul. Dolch braucht noch einen Schrank. Das spart mir nämlich auch sogenannte Core-Plätze. Heißen die, glaube ich, hier. Dolch-Modul. Geht eigentlich auch recht zügig. So, und dann muss ich Kontakt-Captain-Alarm mit der Drill-Chip. Ja, machen wir mal. Der Alarm da draußen ist. Was mir hier passiert? Ich glaube, da habe ich ein bisschen was fehlerhaft gebaut. In einem panischen Anfall. Das ist immer noch falsch. Lava-Sourcen-2. Will I ready sound travel, Kevin? Hm, ich soll in die Area-2. Bin bereit. Er ist gleich fertig mit dem Storage-Modul. Und dann muss ich auch was forschen. Kann ich noch was forschen? Ja, ich könnte drei forschen. Muss ich eigentlich nichts für machen, außer anschmeißen, ne? Technologie-Fortgeschrittene Produktion. Also deswegen. Doch, mach da. Dolch-2. Super. Moment, das ist doch der Zweier-Raum. Die eine Einheit sind hier hinten, ja. Da. Und dann, was wollte ich noch haben? Irgendwann war hier noch eine Energie, ne? Eisenplatten, Eisenrohre. Komm. Und noch ein Energie-Modul dann hinterher. Kupferbarren? Äh, ne, falsches Modul. Das Modul. Ja, ich muss mal draußen ein bisschen gucken. Hier ist Stress. Neh mich, neh mich. Immer wieder hier an. Ja, das macht mein Moped. Will ich zumindest hoffen. Na, komm her. Oh, ein Blauer. Ah, Blue Boy. Ah. Ah. Mitnehmen. Okay, nehm ich auch. Puh. Crazy number. Ich hab noch einen Platz. Hopps. Mäh mich. Kohle. Kohle ist gut. Wir haben noch neun Minuten. Ja, cool. Ja, cool. Bin voll. Was kann ich wegklatschen? Hier, weg. Ich dachte, ich hab jemanden hinter mir gehört. Okay, jetzt bin ich wirklich gefüllt. Okay, hab die Post. Mann, Mann, Mann. Die Zeit verrinnt einfach in dem Spiel wie nix. Flitzt, flitzt von einer Sache zur nächsten. Nochmal eben das besorgen und jenes. Und zack. Wieder ne halbe Stunde weg. Geht so krass schnell. Ne, die will ich behalten. Danke. Ähm... Ja, Scrap-Automaten. Den da. Menü. Scrap-Scrap-Werb-Werb-Werb-Werb-Werb-Werb-Werb-Werb. Das will anmachen. So. Ist das Energie-Modul 2 dann auch schon fertig. Das ist hervorragend. Kann ich eins von denen demontieren und das montieren. Da, das kommt hierin. Das kommt darin. Puh, 140 von 150. Also ich brauche echt bald einen neuen Chor, ne? Nö, muss ich noch irgendwas tolles craften? Research, Schmelze. Müsste doch alles auf X2 haben, oder? Yep, habe ich. Das ist Dolch, das ist Energie. Ne, die könnte schön da oben bleiben. Okay, also so langsam geht's voran. Mamma mia. Jetzt könnten wir eigentlich... ...irgendwas tolles noch haben möchte. Waffen und Werkzeile. Superbar. Hier, Munition. Da fehlt mir Eisenschrauben. Ne, das kriegen wir hin. Da. Und jetzt müssen wir uns mal mit dem Scrap-Automaten auseinandersetzen. Wie viel Pulver kriege ich da früh produziert in der Produktion komplexe Geräte. Eine Raffinerie-Station. Zerleg sie. Ne, keine aktive. Alles schon fertig. Den kannst du auch zerlegen. Den auch. Den auch. Energiemodul 1. Tschüss. Raffineriemodul 1. Auch auf Wiedersehen. Jetzt hat er sagt er, der hat hier Slugs. Genau, das sind ja die, die ich zum Bauen angeschmissen habe. Die machen schon ein bisschen Kaboom. Munition. Dann fehlen mir wieder Eisenschrauben. Komponenten und ein paar Schrauben. Da. Nehmen wir direkt mal so ein Stack davon mit. Hab ich jetzt schon mal 80 gemacht. Nice. Die grünen kann ich noch nicht. Grün wären auch cool. Je nachdem, wofür die sind. Mann, ist das eine Maschine. Wow. Aber da muss ich den ganzen Eimer voll Module dran kloppen. Wir haben noch 4 Minuten 44. Ich lauf mal zum Schwefel. Spiel speichern. Ja. Gut gemacht, Moped. Oh, da hat er einen Muni. Sehr schön. Tilly-tilly-tilly-tilly-tilly-tilly-tilly-tilly-tilly-tilly-tilly. Eisen, Erz. Denn Eisen geht ja doch ganz schön gut flöten. Jetzt, ne? Nehmen wir noch ein bisschen Rohkristall mit. So. Boah, das sieht übelst cool aus. Ja, da können wir noch ein Klöpfchen machen. Dann kann ich auch beim Eisenerz. Da kann ich sogar noch ein zweites Klöpfchen machen. Schauen wir mal. So, am Rückweg sollten wir das hinkriegen. Mal den Kristall voll. Voll. Sehr gut. Und Eisen. Der ist schon weggelöffelt. Ach, super. Ah, da kommt das ab in den Online-Speicher. Aha, ich hab dich gehört. Oh, das schlumpfette. Da. Hups. Tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick. Äh, die Schrottanlage war. Da ist der Scrapper. Ähm, glaub ich doch jetzt irgendwas hatte ich. Hier, 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 hier. Was halt da ist. Und das. Gut. Und dann produziere ich uns noch. Hm, 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 hm. Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Dann gucken wir mal, was war noch. Er hat das untersucht. Fertig. Das ist Schmiede Stufe 3. Äh, im Moment geht aber nur zwei. Äh. Gut. Mach das auf jeden Fall mal. Da sowieso. Oder Eisen. Kenn ich schon, kenn ich schon. Upgrade Forschung 2. Lass mal gucken. Ui je. Upgrade Forschung 2. Haben wir schon, haben wir schon, haben wir schon. Okay. Travel to Lava Zone 21. Das ist irgendwo hier. Das ist ein bisschen hardcore, ne? Lasst mich mal so ein paar Granaten machen. Verplatten. Na, hoffentlich hab ich nicht zu lang gewartet. Naja, zieht aber gut Leine. Aber war schon ganz schön knapp. Oder ist sogar noch knapp. Ach, wir sind angekommen. Huhuhuhuhu. Das war extrem eng. Wie bin ich jetzt hier oben gelandet? Hm. Okay, ich bin hier irgendwie fest Gut, das werden wir aber bis zum nächsten Mal klären Ich wünsche euch allen noch einen schönen Sonntag, müsste richtig sein Danke fürs Zusehen und ja, wenn ihr noch mehr wissen wollt, unten in der Videobeschreibung Ansonsten fragt ruhig über die Kommentare Also, bis dann, ciao, ciao